15 Dinge, die dein Hund niemals fressen sollte. Unsere vierbeinigen Freunde sind nicht nur Begleiter, sondern ein wichtiger Teil unserer Familie. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden liegen uns sehr am Herzen. Einer der wichtigsten Aspekte der Hundepflege ist die Ernährung. Während viele Lebensmittel, die wir Menschen genießen, auch von unseren Hunden sicher verzehrt werden können, gibt es einige, die für sie schädlich oder sogar tödlich sein können. Es ist wichtig, dass wir als verantwortungsbewusste Hundebesitzer wissen, welche Nahrungsmittel wir vermeiden sollten, um unsere Hunde gesund und glücklich zu halten. Daher haben wir hier eine Liste von 15 Dingen zusammengestellt, die dein Hund niemals oder minimal fressen sollte. Schokolade Schokolade enthält Theopromin, eine Substanz, die für Hunde giftig ist. Während Menschen Theopromin problemlos metabolisieren können, haben Hunde Schwierigkeiten damit. Dies kann zu einer Ansammlung von Theopromin in ihrem System führen, was zu Symptomen wie Erbrechen, Durchfall, schneller Atmung, erhöhter Herzfrequenz, Muskelzittern und sogar Anfällen führen kann. In hohen Dosen kann Schokolade für Hunde tödlich sein. Zwiebeln und Knoblauch Sowohl Zwiebeln als auch Knoblauch können für Hunde gefährlich sein. Sie enthalten Substanzen, die die roten Blutkörperchen bei Hunden schädigen und zu Anämie führen können. Die Symptome einer solchen Vergiftung können Schwäche, Erbrechen, Atemnot und verminderte Appetit sein. Trauben und Rosinen Trauben und Rosinen sind für Hunde hochgiftig und können zu akutem Nierenversagen führen. Die genaue Ursache dieses Effekts Selbst kleine Mengen können gesundheitsschädlich sein. Symptome einer Vergiftung sind Erbrechen, Durchfall, Lethargie und schließlich Nierenversagen. Avocado Avocados enthalten Persin, eine fungizide Toxine, die für Hunde giftig sein können. Persin kann bei Hunden zu Erbrechen und Durchfall führen. Alkohol Alkohol hat eine ähnliche Wirkung auf das Nervensystem von Hunden wie auf das von Menschen, aber es braucht viel weniger davon, um einen Hund zu schädigen. Alkoholkonsum kann zu Erbrechen, Durchfall, Koordinationsschwierigkeiten, Atemproblemen und sogar zum Tod führen. Koffein Koffein, das in Kaffee, Tee, Energydrinks und einigen Medikamenten enthalten ist, kann für Hunde giftig sein. Es kann zu einer erhöhten Herzfrequenz, Hyperaktivität, Zittern, Kollaps und in schweren Fällen zu Anfällen führen. Koffein Koffein Hefe Hefeteig kann im Magen eines Hundes aufgehen und zu einer Magendehnung oder Verdrehung führen. Die Hefe kann auch fermentieren und Alkohol produzieren, was zu einer Alkoholvergiftung führen kann. Milchprodukte Während einige Hunde Milchprodukte ohne Probleme vertragen, sind viele Laktoseintolerant. Laktoseintoleranz bei Hunden bedeutet, dass sie den Milchzucker, bekannt als Laktose, nicht effektiv verdauen können. Dies kann zu verschiedenen Verdauungsproblemen führen, einschließlich Durchfall, Gas- und Bauchschmerzen. In einigen Fällen kann eine übermäßige Aufnahme von Milchprodukten auch zu Erbrechen führen. Käse, besonders in großen Mengen, kann ebenfalls zu Magenverstimmungen führen und sollte nur in Maßen als Leckerli gegeben werden. Rohes Fleisch und rohe Eier Obwohl einige Hundebesitzer darauf schwören, ihren Hunden rohes Fleisch oder Eier zu füttern, gibt es Risiken, die mit dieser Praxis verbunden sind. Hohes Fleisch und rohe Eier können Bakterien wie Salmonellen und E. coli enthalten, die bei Hunden zu Lebensmittelvergiftungen führen können. Lebensmittelvergiftungen können schwerwiegende Symptome wie Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, Fieber, Lethargie und Bauchschmerzen verursachen. Darüber hinaus können rohe Eier Enzyme enthalten, die die Aufnahme bestimmter Nährstoffe blockieren und zu Haut- und Fellproblemen führen können. Knochen Es mag überraschend erscheinen, aber Knochen können für Hunde gefährlich sein. Knochen, insbesondere Geflügelknochen und andere kleine oder dünne Knochen, können splittern, wenn Hunde darauf kauen. Diese Splitter können im Hals stecken bleiben oder den Verdauungstrakt durchbohren, was zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen kann. Darüber hinaus können größere Knochen Zähne brechen und zu Verstopfungen führen, wenn sie verschluckt werden. In einigen Fällen kann der Verzehr von Knochen auch zu einer gefährlichen Bedingung führen, die als Pankreatitis bekannt ist, die auftritt, wenn die Bauchspeicheldrüse entzündet ist und die Verdauungsenzyme beginnen, die Bauchspeicheldrüse selbst zu verdauen. Symptome einer Pankreatitis können Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber und Appetitlosigkeit sein. Es ist daher ratsam, Hunden nur speziell hergestellte Kauartikel oder Spielzeuge zu geben, die für sie sicher sind. Dazu habe ich dir passende Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zu Punkt 13. Pflaumen und Pfirsiche Die Kerne dieser Früchte können eine Blockade im Darm des Hundes verursachen. Außerdem enthalten sie Zyanid, das für Hunde giftig ist. Süßigkeiten und zuckerhaltige Lebensmittel Zucker kann zu Übergewicht, Diabetes und Zahnproblemen bei Hunden führen. Fettige und salzige Lebensmittel Diese können bei Hunden zu Magenproblemen führen. Salzige Lebensmittel können zu übermäßigem Durst und Urinieren sowie Natrium-Ionen-Vergiftungen führen. Fettige Lebensmittel können eine Pankreatitis, Entzündung der Bauchspeicheldrüse, verursachen. Es ist immer wichtig, darauf zu achten, was dein Hund frisst. Bei Verdacht auf eine Vergiftung solltest du sofort einen Tierarzt kontaktieren. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und wir freuen uns darauf, dich bald wieder zu sehen. Bleib gesund und genieße die Zeit mit deinem vierbeinigen Freund. Deine Hundefreunde von Hunde-Fantastisch Und von Hunde-Fantastisch